Herzlich Willkommen Leute hier bei GameWatch, dem YouTube-Channel, wenn es um Gaming geht. Hier auch heute mein kleines Informationsvideo. Ich war ja etwas länger AFK, also ich war ja nicht so wirklich am Let's Playen, am Aufnehmen. Hier, wie ihr seht, das letzte Video war vor zwei Monaten. Es tut mir auch wirklich leid, denn heute ist der, wie ihr seht, der fünfte, sechste, wo ich das Video aufnehme. Wir haben halb neun und wir haben noch einen schönen guten Abend. Es lag einfach nur daran, wegen zentralen Abschlussprüfungen, Deutsch, Mathe, Englisch, die haben wir die letzten drei Wochen geschrieben. Gestern war die letzte Prüfung, nämlich in Mathe und jetzt ist alles vorbei. Jetzt kann ich Videos aufnehmen, wenn ich Spiele dazu habe und jetzt habe ich genügend Zeit zum Aufnehmen, zum Kommentieren, zum Spaß haben für euch, für mich und ja, eigentlich das war's. Ähm, ja, wieso ich jetzt das Video mache. Erstens, vielen Dank an die Abonnenten, wo ich vor zwei Monaten aufgehört hatte. Ich hatte vielleicht 40 Abonnenten, jetzt habe ich 128 und wie gesagt, ich habe zwei Monate nicht aufgenommen. Vielen Dank für die ganzen Abonnenten. Ähm, ich weiß nicht, wo die herkommen, weil ich habe ja nicht aufgenommen. Ähm, jetzt werde ich es auf jeden Fall wieder tun, wenn ich Spiele habe. Ich werde weiter aufnehmen, ähm, damit ich euch weiter unterstütze. Deswegen abonniert meinetwegen weiter. Nochmal vielen Dank für die Abonnenten auch. Deswegen bleibt ruhig. Ähm, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich bin sprachlos, weil ich weiß nicht, wo die herkommen jetzt, weil ich habe ja auch keine Videos gemacht. Aber ich werde euch nicht enttäuschen. Ich werde weiter jetzt Videos machen. Ähm, wann neue kommen? Ja, sobald ich jetzt richtig Spiele habe zum Aufnehmen. Ähm, schreibt einfach in die Videokommentare, was ich weiter spielen soll. Hier seht ihr am Hintergrund, Let's Play Assassin's Creed 3. Ähm, hier war ich ja bis 10 insgesamt gekommen. Ähm, ja, nur dann habe ich meinen PC wiederhergestellt, neben dem Lernen. Nur so, ja, jetzt kann ich euch auch direkt mal zeigen. Ich gehe meinetwegen mal kurz auf YouTube. YouTube. So, jetzt seht ihr mal, könnt ihr mal gucken. Hat, ähm, ja, das hat, das wäre jetzt nicht so. Ich gehe jetzt einfach mal auf ein Video von Gronkh. Ich mache mal kurz den Ton aus. Und jetzt könnt ihr mal gucken. Das dauert wirklich sehr, sehr lange. Das ist auf 320p, ne, 360p. Und, ähm, ja, wie ihr seht, das dauert sehr lange. Bis man da überhaupt mal ein Video gucken kann. Das ist 360p und dann hängt es direkt wieder. Und das liegt da dran an Vodafone. Kann ich euch auch direkt mal zeigen. Sinti.vodafone. Hier dran liegt es an diesem, auf dieser wunderschönen Seite an LTE. Ähm, ja, man darf insgesamt 100, ähm, 100, also 100 Prozent. Man hat insgesamt 30 Gigabyte zu Verbrauch. Ähm, hier, Bandbreitenbegrenzung, 30 Gigabyte. Danach wird es langsam, langsamer auf 364 Kilobyte die Sekunde. Ähm, ja, ich habe es schon verbraucht mit meiner Family. Ähm, ja, die habe ich schon überschritten, die 30 Gigabyte. Insgesamt mit 800 MB. Und jetzt ist das Internet nicht wirklich schnell, wie ihr gerade gesehen habt. Das insgesamt, das muss man, glaube ich, durch 8 teilen. Irgendeiner hat mir das mal gesagt. Und, ja, das stimmt auch. Ich, ähm, empfange nur 48 Kilobit die Sekunde. Und das ist wirklich sehr langsam. Ich kann auch nicht mein Video gucken auf 360p. Ja, und das ist dann halt irgendwie deprimierend. Deswegen konnte ich auch Assassin's Creed, ähm, 3 nicht erneut runterladen, da ich das Spiel nicht auf CD habe, sondern ich habe es mir bei Uplay geholt. Beziehungsweise es war dabei, wo ich mir den PC gekauft habe. Ähm, ja, deswegen kann ich es mir nicht gerade runterladen und weiter Let's Playen. Nur, ja, das mal gucken, beim nächsten Möglichen werde ich es mir runterladen und mal gucken, ob ich es dann weiter Let's Play, ob ich dann da die Möglichkeit zu habe. Ähm, dabei sind wir auch schon direkt wieder beim Let's Playen. Ähm, schreibt einfach mal in die Videokarte, schreibt in die Videokommentare, so wie es Whitehitty sagte, nur besser. Ähm, welche Spiele soll ich Let's Playen? Ich weiß nicht genau welche, weil ich habe Minecraft, Minecraft Hackett, ich habe, ähm, Trails Gold Evolution Edition, das was, glaube ich, Commander Krieger gezockt hat. Ich glaube, Gronkh hat es gespielt, ähm, Debitur LP, also gibt es mehrere, die es gespielt haben, das mit dem Moped. Dann, ähm, habe ich noch, ähm, Borderlands 2, ähm, Dota 2, ähm, ja, Landwirtschaftssimulator 2013. Könnt ihr mal schreiben, ob ihr da vielleicht Lust drauf habt, ob ich das euch zeigen soll. Ja, es ist eine Simulation von Bauern, sim, wie beim Bauernhof, man muss alles machen, kann man Treckern rumfahren. Man wird auf die Zeit auch ein bisschen langweilig, das kann ich jetzt schon voraussagen. Und, ähm, ja, was, was gibt's noch? Also es gibt mehrere Spiele, wir hatten vor mit, äh, ja, ich hatte vor mit einem Freund, ähm, oder mit Freundinnen, ähm, Dead Island Rappetite zu Let's Playen. Ähm, das ist halt so ein Zombiespiel, ich weiß nicht, ob ihr es vielleicht schon bei Gronkh Saraza gesehen habt. Ist wirklich ein cooles Spiel. Ähm, das wollten wir vielleicht machen. Ob ihr da Lust drauf habt, oder schreibt einfach, wie gesagt, in die Videokommentare, ob ihr vielleicht auf Minecraft Lust habt. Ähm, sonst werde ich einfach so ein Spiel Let's Playen, was mir selber Spaß macht, und das nächste, was ich finde, was noch vielleicht neu rauskommt, das werde ich dann Let's Playen. Und, ja, das waren nicht so die Spiele, ne? Also mehr gibt's jetzt so allgemein dazu nicht so an. Zu sagen, wie gesagt, schreibt in die Videokommentare, was ihr vielleicht sehen wollt, ob ihr Wünsche habt. Sonst werde ich einfach ein Spiel jetzt playen. Und, ähm, ja, könnt ihr dann auch gucken, ob ihr Lust drauf habt oder nicht. Schreibt's mir dann bitte. Und dann sehen wir mal weiter. Ähm, was zur Zeit bei mir neu ist, ähm, wo ich jetzt gerade reinspreche, vielleicht hört ihr das ja raus, falls ihr die alten Videos geguckt habt, wie das hier. Das war ja noch vor zwei Monaten. Da hab ich mit meinem kleinen Mikrofon kommentiert, für zwölf Euro. Und jetzt hab ich mir ein professionelles geholt, von thoman.de. Hier kann ich mal direkt gucken. Von, ähm, thoman.de. Der ist auch falsch beschrieben. Ähm, so. Das ist die Seite, thoman.de. Oder? Falsch geschrieben. Bin mir grad gar nicht sicher. Ne, so, jetzt muss ich mir hier die Sprache auswählen. Deutsch. So, herzlich willkommen. Hier hab ich das Mikrofon bestellt. Das, was ich jetzt gerade zur Zeit habe. Kann ich mal gucken. Ja, wie ihr seht, das Internet ist sehr, sehr langsam. Kann ich mal gucken, wo ich's habe. Ähm, Recording. Ich glaub, da muss ich... Ne, hier an der Seite. Kurz gucken. Ähm, digital. Ne, 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 ne. Mikrofone hier. So, ich hab ein Großmembran-Mikrofon. Und ich habe das T-Bone MT. Okay, genau das hier hab ich. Das kostet 99 Euro. Genau das Mikrofon hab ich bestellt. Das ist wirklich praktisch. Wirklich sehr gut. Ähm, falls ihr Lust habt, auch zu kommentieren. Oder ihr braucht ein Mikrofon, kauft euch das. 99 Euro. Ich hab mir das im Podcast-Bundle bestellt. Ähm, gucken, wo das ist. Podcast-Bundle für 119 Euro. Ja, genau das ist es. Denn, ja, wenn die Seite mal aufgebaut ist. Hier das Podcast-Bundle. Da ist das... Das kostet 119 Euro. Da ist ein 3 Meter langes Verlängerungskabel bei. Dann ein Stativ. Ein Pop-Schutz. Und, ähm... Ja, das war jetzt grad nicht bei mir dabei. Ja, und das war dabei. Also hier, deshalb das Mikrofon. Das Mikrofon kostet ja 99 Euro. Das... Der Pop-Schutz kostet nochmal so um die 15 Euro. Und das Stativ kostet allein 15 Euro. Wären wir schon auf fast 130 Euro. Nur das kostet schon 119 Euro. Und dabei war noch eine, ähm... Sample-Tude Pro X Silver Edition. Für Musikbearbeitung. Ne, also für die Ton. Das, was man aufnimmt. Ich benutze aber Audacity. Ähm... Ja, und das ist halt alles dabei. Und das ist halt billiger. Für 20 Euro mehr. Habt ihr direkt was Professionelles? Ein Stativ. Alles dabei. So, wie es sein soll. Ach, hier oben ist es. Hier, Sample-Tude. Und die Sachen sind halt so dabei. Also, falls ihr Lust habt, euch ein Mikrofon anzuschaffen, kauft euch das. Ähm... Ist empfehlenswert. Für 120 Euro. Ist was Gutes. Und es sieht auch irgendwie gut aus. Ja, was ist noch neu bei mir? Ähm... Ja, die ganzen Fragen zur PlayStation Vita. Da kann ich euch direkt jetzt so sagen, ich hab meine PlayStation Vita nicht mehr. Ich habe sie verkauft. Ja, ich hab ja einen neuen PC. Und dann PlayStation und Freunde. Und Schule. Und die Spiele für die PlayStation Vita waren aus meiner Sicht nicht wirklich reizend, da ich das Ding weiter behalten soll. Dann hab ich's verkauft. Hab mir dafür neue Sachen geholt. Ähm... Ja, deswegen... Weil kenne ich mich jetzt auch nicht mehr so mit PlayStation Vita aus. Wenn jetzt da zu neuen Spielen Fragen kommen, oder wie es im Playstore aussieht, wo bekomme ich was her? Ich weiß nicht, ob da irgendwas umgeändert wurde. Hatte seit bestimmt vier Monaten keine PlayStation Vita mehr in der Hand. Und deswegen hab ich auch keine Ahnung mehr. Deswegen entschuldigt bitte, falls ich die Fragen nicht beantworten kann. Seid nicht böse. Fragt bei einem anderen nach, weil ich hab keine PlayStation Vita mehr. Deswegen, ja... Deswegen stellt bitte die Fragen nicht. Oder ihr könnt sie doch stellen. Vielleicht weiß ich's ja. Nur macht euch da nicht so große Hoffnung, dass ich sie beantworte, weil ich hab keine Ahnung mehr wirklich. Dazu... Oh, ähm... Das... Da sag ich jetzt mal groß. Hier sind wir auf der YouTube-Seite wieder. Wie ihr seht, ich hab jetzt mal einen Hintergrund. Den Gaming mit Leidenschaft. Und so ist es auch. Mein Profilbild muss ich jetzt nochmal ändern. Da gibt's bestimmt... Da kann ich bestimmt noch was Besseres erstellen. Und... Ja... Das waren eigentlich jetzt schon die groben Sachen ungefähr. So, was ich jetzt euch sagen wollte. Ähm... Dass... Dass ich schon um etwa so die Fragen euch aus dem Munde genommen habe. Also, nochmal kurz zusammengefasst. Wann ich neue Videos mache. Sobald ich ein cooles Spiel habe. Falls ihr... Ähm... Falls ich... Falls euch irgendwas, ähm... Gerade angereizt hat an den Spielen. Was ich jetzt, ähm... Weil ich gesagt habe. Schreibt's in die Kommentare. Das nehm ich auf. Dann senden sie auch schon mal neue Spiele online. Ähm... Welche Spiele? Ja, schreibt's in die Kommentare. Oder mir fällt selber was ein. Je nach... Muss ich auch automatisch gucken mit dem Datenvolumen. Muss ich dann halt mal gucken, wo ich das alles hochlade. Ähm... Damit ich nicht bei mir selber zu Hause das ganze Datenvolumen verbrauche. Weil... Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen mit einem Internet. Mit einem solchen langsamen Internet. Ähm... Ist nicht... Das... Dauert ja ewig. Ich kann doch nicht mal ein Video gucken oder so. Und das... Ähm... Ja, das will jetzt wirklich keiner haben. Dass direkt nicht die 30 Gigabyte überschreite. Da ein Video fast 1 Gigabyte ist. Deswegen... Entschuldigt bitte. Muss ich dann mal gucken. Ne? Aber ich werde es auf jeden Fall hochladen. Dann kann ich jetzt gerade sagen, ich habe schon mal Landwirtschaftssimulator 2013 aufgenommen. War über eine Stunde dran. Ähm... Nur das Negative ist, der Ton wird nicht aufgenommen. Vielleicht könnt ihr mir dabei helfen, ähm... Dass ihr mal in die Videokommentare schreibt. Wo kann es dran liegen, dass Fraps auf einmal den Ton nicht aufnimmt. Das nimmt es manchmal auf. Und jetzt auf einmal bei dem Spiel hat es nicht aufgenommen. Und das ist ärgerlich. Da ich jetzt eine Stunde, 28 Minuten das Spiel gespielt habe. Hab nun keinen Ton dabei. Naja, gut. Hab ich jetzt schon auch alles wieder gelöscht. Nur... Damit es beim nächsten Mal ist. Ich gucke selber mal nach. Nur falls ihr es wisst. Schreibt es bitte in die Kommentare. Damit könnt ihr mir helfen. Und könnt die Aufnahme beschleunigen, bis die nächsten Videos kommen. Ja, das war es jetzt auch schon so wieder von mir. Ich hoffe, ich konnte euch etwas weiterhelfen. Nochmal vielen Dank an die 128 Abonnenten, die ich jetzt habe. Werden irgendwie jeden Tag mehr. Und ja, das war es jetzt auch schon wieder von mir. Egal, welche Uhrzeit es bei euch ist. Ich hoffe, ich habe euch die Fragen beantwortet. Abonniert mich bitte weiter fleißig. Freut euch auf die nächsten Videos. Und bis zum nächsten Mal. Tschau-sen!